Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummero 24 und ich bin super gespannt, ob dieses Jahr in Türchen 24 irgendwas krasseres drin ist. Meistens ist es aber erst in Türchen Nummero 25. Ich tippe wieder auf einen Teil vom Oma-Set und ohne lange drumherum gereden. Da ist das Türchen Nummero 24 und der Springsattel von Omas. Liebste Jahreszeit. Morgen kommen dann, wenn sie drin sind, die Starcoins. Wir schauen uns einfach mal direkt hier so den Sattel an. Es sieht eigentlich echt fancy aus. Es sieht nicht so specialmäßig aus, aber gerade wenn ihr frisch ins Spiel reingekommen seid, sieht es natürlich weitaus geiler aus als der Anfängersattel und hat vor allem auch richtig nice Werte. Habt ihr direkt nämlich zu Beginn einen Sattel mit richtig nice Stats, also lohnt sich dafür alleine schon mal auf jeden Fall. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020